Ist Back am Schütteln mit einem weiteren Video, wenn ihr die Pick Amps macht, habt ihr zwar keine Mission, aber wenn ihr die Pick Amps jetzt macht, dann bekommt ihr eine Worlds 2022 super duper super Kapsel, die wird es öffnen werden. Let's fucking go. Hexischist, Hexischkey. Und wow. Gratulation für diesen geilen Loot.